Und zwar, was ich mir noch angucken möchte mit euch, ist dieses schöne Video, denn es ist es mal wieder, wir probieren ja immer zu den Ereignissen, wenn sowas Neues, was sich mit Anarchismus beschäftigt, da dann so ein bisschen reinzugucken mit euch. Und zwar hat Direction F, die haben lange nichts mehr veröffentlicht, also kann man einmal drauf gucken, die hatten irgendwie so einen Stopp, also hier irgendwie so hatten halt ein Jahr lang fast nichts mehr veröffentlicht und jetzt fangen die wieder so an, dass die so echt mindestens einmal, irgendwie so einmal die Woche ein neues, ganz gut produziertes Video veröffentlichen und ich dachte mir, komm, gucken wir uns das Ganze doch mal zusammen an, weil die haben jetzt ein Video zum Anarchismus mal gemacht und da sind wir natürlich interessiert. Ich habe es schon hier auch in den Kommentaren vor fünf Tagen angekündigt, dass es eine Reaction geben wird. Jetzt ist es soweit. Gucken wir mal rein. Ihr müsst mir immer ganz kurz spiegeln am Anfang, ob sich der Sound doppelt, weil das könnte passieren, weil ich hier Veränderungen an der Einstellung vorgenommen habe. Also spiegelt mir das einmal kurz zurück und dann geht's los. Ein großes, schiefes A über einem Kreis. Das ist ein Symbol, was eigentlich alle kennen, aber nicht alle wissen, für welches Wort dieses Symbol überhaupt steht. Hat sich das jetzt gedoppelt oder ist okay? Nice. Awesome. Let's go. Anarchismus. Und noch viel weniger Menschen wissen, wofür Anarchismus überhaupt steht oder haben eine komplett verzerrte Auffassung davon. Vielleicht kommen einem da so Sätze wie, hier herrscht ja die totale Anarchie in den Sinn. Also das totale Chaos. Eine Unordnung. Die Leute benehmen sich völlig außer Kontrolle. Am Straßenrand steht ein brennendes Auto und alle Häuserwände sind mit Graffiti geschmiert. Eine furchtbare Vorstellung, oder? Warte mal. Was steht da? Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft. Das klingt ja gar nicht mal so übel, oder? Ja stimmt, das klingt gar nicht mal so übel, aber kommt vielleicht in so einer runtergerockten Fabrikhalle, wo alles zugesprayt ist. Ja, nicht so authentisch, sag ich mal der Spruch. Oder? Worum geht es beim Anarchismus eigentlich? Erstmal. Anarchismus ist eine politische Ideenlehre und Philosophie. Es dreht sich alles um den Gedanken einer völlig freien Gesellschaft, in der alle Menschen gleichgestellt sind. Das Wort selbst kommt übrigens aus dem Altgriechischen und bedeutet die Abwesenheit jeglicher Autorität. Hat also auch in seinen Ursprungen nichts mit Chaos zu tun. Das Zusammenleben ist doch Prinzipien wie Solidarität. Das ist tatsächlich eine falsche Übersetzung. Die Doku nochmal für dich, Nightmare, ist von Direction F, so ein linkes Medienprojekt. Also die Übersetzung ist tatsächlich falsch, weil es tatsächlich, das Wort nicht heißt Abwesenheit von Autorität, sondern Abwesenheit von Herrschaft, was schon ein sehr großer Unterschied ist, weil Herrschaft eben etwas ist, was man zumindest auf einer sozialisierten Ebene tatsächlich auch abschaffen kann, in einem freiheitlichen Kommunismus, aber eine Autorität in dem Sinne wird es halt immer geben, zumindest so eine natürliche Form von Autorität zu Fähigkeiten, Autorität und so. Deswegen ist es schon wichtig, das halt zu differenzieren. Und auch natürlich ist es wichtig, das korrekt zu übersetzen eigentlich. Gegenseitiger Hilfe und freiwilligen Vereinbarungen aufgebaut. Nun, und um das zu erreichen, geht es dabei vor allem um die Beseitigung jeglicher Herrschaft. Praktisch gesprochen, also um den Kampf gegen Staat, Kirche, Kapital, Polizei und alle anderen kleineren oder größeren Strukturen in den Menschen, Macht über andere ausüben. Außerdem zählt der Anarchismus auf die Abschaffung der kapitalistischen Produktion ab. Ein großer Unterschied zum Kommunismus ist zum Beispiel, dass AnarchistInnen die Übernahme des Staates durch die ArbeiterInnen ablehnen. Sie überspringen damit quasi einen Zwischenschritt und gehen davon aus, dass Menschen keinen Staat brauchen, um sich wirtschaftlich gerecht versorgen zu können. Also erstmal generell, finde ich, ist es halt super gemacht. Also ich fand jetzt auch so mit ein paar Abstrichen, so deren Videos halt von der Aufmachung her ganz okay. Du sagst zwar jetzt Cringe, also verstehe ich auch vielleicht, dass das nicht ganz deinen Geschmack trifft, aber an und für sich ist es jetzt für halt, auch speziell im Kontext von so linken Medienprojekten, es gibt ja nicht so viele Medienprojekte, die überhaupt Videos produzieren, ist es schon recht gut gemacht. Der Ton war jetzt teilweise ein bisschen komisch, teilweise auch ganz gut, aber so von der Aufmachung her erstmal schon mal ganz gut. Noch eine Sache, die ich aber anmerken möchte inhaltlich, es wurde ja gerade gesagt, dass Anarchisten halt sagen, dass man einen Schritt überspringen würde, dass man halt direkt in den Kommunismus sozusagen übergeht oder in die Anarchie und dem ist auch eigentlich nicht der Fall. Also es gibt schon auch im Anarchismus ein Übergangskonzept und jetzt nicht die Illusion darin, dass man direkt die Gesellschaft einfach so umsetzen kann, die man sich wünscht. Auch wenn natürlich es richtig ist, dass, also es gibt natürlich auch Anarchisten, die das vertreten, also was wir jetzt sagen würden, was halt nicht so der Realität dann wirklich so entspricht, aber so auf jeden Fall, so der sozialistische Anarchismus vertritt das eben entsprechend nicht und der ist ja auch die dominante Form des Anarchismus und das ist halt auch ein Irrglaube oft. Also und ich denke, da muss man halt einfach differenzieren, dass halt die Mehrheit der Anarchisten und der Anarchismus generell eigentlich eher vertritt, dass es halt eine sozialistische Übergangsgesellschaft braucht, die aber ohne Staat auskommt und ohne die staatlichen Organe. Das ist der Unterschied zum Staatssozialismus. Aber hier ist es halt auch eben wieder wichtig zu differenzieren, weil sonst wirkt das ganze halt anarchistische Konzept auf die meisten Menschen ja auch einfach nicht so realistisch, wenn man das jetzt einfach so sagt, dass dieser Schritt ganz übersprungen wird. ...über rein ökonomische Veränderungen hinausgegangen werden. Es wird eine soziale Veränderung angestrebt, indem moralische Werte wie Solidarität, Hilfsbereitschaft und Genügsamkeit in der Gesellschaft gestärkt und weitergegeben worden. Das ging natürlich erstmal ganz gut, aber naja auch so ein bisschen schwammig, was dazu geführt hat, dass es unzählige Strömungen des Anarchismus gibt. Er ist jedoch alles andere als schwammig, vage oder unausgemahlen. Und um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen, müssen wir heute nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit blicken. Obwohl das Wort so alt ist, lassen sich die Anfänge der anarchistischen Bewegung im 19. Jahrhundert, also im Frühkapitalismus, verorten. Die Industrialisierung schreitet in Europa rasant voran. Gleichzeitig wird der Landbevölkerung die Möglichkeit genommen, sich durch die Erträge der Landwirtschaft selbst zu versorgen. Die Menschen sind deshalb gezwungen, vom Land in die Stadt zu ziehen, um sich für die Gewinne der Fabrikbesitzer wortwörtlich zu Tode zu arbeiten. Und da kommt auch schon der Mann ins Spiel, von dem das Zitat am Anfang stammt. Ja, Joseph Poudhon. Er wechselt in einfachen Verhältnissen auf, ist selbst Arbeiter, genauer gesagt Schriftsetzer. Damit kann er natürlich das Elend der Leute verstehen. Anders als viele andere Leute kann er aber dank seines Berufes lesen und schreiben. Er beginnt fortan, Schriften zu veröffentlichen, die die bestehenden Verhältnisse hinterfragen und anfangen. Im Jahr 1840 veröffentlicht er seine Abhandlung Was ist Eigentum? Die Antwort darauf, Eigentum ist Diebstahl, ist einigen vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Er selbst nennt sich hier bereits Anarchist und setzt den Grundstein des modernen anarchistischen Denkens. Seine Schriften und Gedanken verbreiten sich europaweit und inspirieren auch andere große GesellschaftskritikerInnen, wie auch Karl Marx oder Leo Tolstoi. Poudhorns Ideen begeistern auch Michael Bakunin. In Paris trifft Bakunin sich mit Poudhon und Marx. Ja, ich wollte gerade sagen, Neidmeer. Das ist natürlich immer, also auch verständlich haben wir früher lange Zeit auch so gemacht, aber tatsächlich ist es so, dass wir von unserer Erzählung jetzt auch nochmal auch von Antje Schrupp angeregt. Poudhon eher rauszählen aus der und dann eher mit Bakunin anfangen für die anarchistische Geschichte. Aber ist halt auch okay, wenn man es jetzt halt immer noch macht, auch wenn es halt schöner ist, es nicht zu tun, weil der Typ ja einfach sowohl von seinen reaktionären Ansichten als auch von seinem anarchistischen Theoriegehalt sehr, sehr dürftig war. Formuliert Poudhorns Ideen aus und ergänzt sie an entscheidender Stelle um das Prinzip der Revolution. 1864 gründen Bakunin und Marx mit Gruppen und Personen aus 13 anderen europäischen Ländern und den USA die erste internationale, genannt internationale Arbeiterassoziation. Doch kurz darauf spaltet sich die Organisation intern. Marx geht es vor allem um Wirtschaft und Bakunin, naja, wirft Marx vor, dass er ein autoritäres Schwein sei. Bakunin macht in den Folgen... Okay. Ja, ich glaube auch, Bakunin ging es nicht um Wirtschaft. Bakunin war Wirtschaft scheißegal. Der wollte halt einfach nur sagen, dass Marx ein autoritäres Schwein war. Das ist jetzt schon etwas sehr verkürzt dargestellt, leider den Punkt. ... den Anarchismus international bekannt und überzeugt, wo immer er sich auffällt, viele von den Ideen. Dank Bakunin wird der Anarchismus zu einer der einflussreichsten Strömungen der Zeit mit hunderttausenden Anhängern überall auf der Welt. Im Jahr 1871... Aber das ist halt leider auch so oft so eine Fehldarstellung vom Anarchismus, also vom historischen Anarchismus und diesem Konflikt oft. Das ist eher so eine marxistische Perspektive darauf, dass... Ja, die Marxisten wollten ja halt irgendwie so eine... Haben halt so eine vernünftige Politik gemacht und die waren halt irgendwie so wirtschaftlich orientiert und die Anarchisten, die waren halt irgendwie einfach so ein bisschen... Ich kann es jetzt daraus lesen, halt so... So, ja, äh... Waren jetzt eher so destruktiv orientiert und denen ging es einfach nur darum, halt irgendwie ein bisschen auf den Putz zu hauen, dass es jetzt hier nicht so viel Autorität geben soll. Aber das ist ja weit gefehlt, ne? Also einmal war es ja faktisch so, dass es halt tatsächlich über Intrigen halt einen Ausschluss einfach von den Anarchisten gab, aber auch darüber hinaus ist der Anarchismus ja ganz klar in der Gewerkschaftsbewegung damals verankert gewesen und war halt ganz klar materialistisch und auch für wirtschaftliche Veränderungen ausgerichtet gewesen. Deswegen ist es halt sehr schwierig, das so gegenüberzustellen. 70 zeigt sich in Frankreich das erste Mal, dass Anarchismus mehr ist als eine rosige Vorstellung. Paris wird von den Deutschen belagert, die Bursche... Und das kommt auch noch dazu, nicht mehr. Ich meine, mir ist auch klar, dass man das jetzt halt nicht in zehn Minuten darstellen kann, ne? Nur... Das ist halt schon eher eine falsche Stellung gewesen und das ist dann halt immer... Wirft halt nicht so ein gutes Blick auf... Ein gutes Bild auf den Anarchismus, ohne dass man da jetzt gedroht ist dazu, das so zu behandeln. Bourgeoisie lebt ungeachtet des elendsten Arbeiter in ihrem verschwenderischen Lebensstil. Dann setzen die sich aber zur Wehr, bringen Kanonen unter ihre Kontrolle und fordern zu Hunderttausenden vor dem Rathaus. Lachen. Die Regierung flieht und die Pariser Kommune ist geboren. Paris wird daraufhin autonom, die Macht liegt plötzlich bei der Bevölkerung. Politik und Wirtschaft werden von ihr übernommen. Andere große und kleine Städte in ganz Frankreich... Das sind wirklich sehr schöne Aufnahmen aus Paris. Wisst ihr genau, welche Ecke das ist? Das ist, glaube ich, auch Hannover, oder? Folgendem Beispiel. Nach 73 Tagen ziehen jedoch regierungstreue Truppen einen Ring um Paris und töten in einer Woche ca. 20.000 Menschen bei erbitterten Kämpfen. Die Anarchistinnen werden umgebracht oder vertrieben. Und währenddessen werden sie von den Kommunisten aus der ersten Internationalen ausgeschlossen. Am Ende des 19. Jahrhunderts bricht für den Anarchismus die Ära der Propaganda der Tat an. Sie ist geprägt durch gewaltsamen Ausdruck von politischer Unzufriedenheit. Genauer gesagt durch Bomben. In kurzer Zeit verüben Anarchistinnen dutzende Anschläge auf öffentlichen Plätzen. Innerhalb der anarchistischen Bewegung sind diese Gewaltakte allerdings höchst umstritten. Sie fordern immer wieder unbeteiligte Opfer und für die Öffentlichkeit ist nichts abzusehen, welche politische Wirkung damit überhaupt erzielt werden soll. Trotzdem verüben Anarchistinnen in vielen Ländern über die nächsten Jahrzehnte hinweg immer wieder Anschläge. Während diese Aktionen sehr vereinzelt sind, bildet sich gleichzeitig eine gewerkschaftliche Strömung heraus. Der Anarchosyndikalismus. In den Industrieländern finden sich ArbeiterInnen in sogenannten Arbeitsbehörden. Ja, auch das ist halt leider wieder so sprachlich halt ein bisschen schwierig dargestellt, weil es hat sich zwar der Anarchosyndikalismus im Speziellen halt herausgebildet in dieser Zeit. Das stimmt ja auch. Aber wenn ich jetzt nur dieses Video gucke und wirklich keine Ahnung habe, dann wirkt es jetzt erstmal so wie... Okay, die Anarchisten waren zuerst in den Internationalen. Da haben die halt so ein bisschen rumgeflext mit halt Marx und haben den halt irgendwie... Haben da so ein bisschen auf den Putz gehauen. Danach haben die irgendwie Bomben geworfen und dann haben sie irgendwie einen Syndikalismus für sich entdeckt und ein bisschen auf Gewerkschaft... Aber dabei war es ja eher so, dass halt eine eben auf Masse ausgerichtete gewerkschaftliche Arbeit oder sonst wie geartete auch Vorläufer davon eben immer das Kernelement des Anarchismus waren. Und das ist dann in der Darstellung halt auch wieder etwas verfälscht, weil es halt so wirkt, als wäre das halt bis zu dem Zeitpunkt nicht so gewesen. Und ja, Fosco, leider, Kompotkin haben sie auch vergessen. Das stimmt. Das ist natürlich traurig. Diese werden auch Syndikate genannt. Das sind Orte, wo ArbeiterInnen zusammentreffen, sich austauschen, bilden und unterstützen. Unter anderem wird ihnen hier auch Lesen und Schreiben beigebracht. Gerade für Frauen, die sonst nirgendwo in der Gesellschaft Gleichberechtigung erfahren, sind diese Börsen wichtige Plätze der Bildung und des Empowerments. Generell stehen Streik, Widerstand und Fabrikbesetzung bei den Syndikaten auf der Tagesordnung. Politische Wahlen werden konsequent abgelehnt und Generalstreiks die tragende Form des Protestes. Frei nach dem Motto, ohne produzierendes Kapital, keine Kapitalisten. Doch nach kurzer Zeit wenden sich einige AnhängerInnen des Anarchismus vom Syndikalismus ab. Der Vorwurf? Das Ganze sei einfach zu beliebig, zu generell. Außerdem würde nicht genug auf den revolutionären Moment hingearbeitet werden. Und es gründet sich eine weitere Strömung der Individualismus. Das war der Vorwurf, es wäre zu beliebig, zu... Das ist... Verstehe ich... Also ich verstehe es generell noch... Also das ist einfach wieder ähnlich verkürzt wie... Wie dieser eine Punkt davor, den ich schon wieder vergessen habe gerade. Also ich bin etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Ich glaube... Ja, ich glaube wirklich, dass halt der Individualismus eher aus anderen Gründen halt sich entwickelte und an Relevanz gewann, als dass der Syndikalismus zu beliebig und zu generell war. Also es war jetzt halt zum Beispiel ein Grund war, dass es halt eben diese sehr starken sozialistischen Bewegungen gab und halt mit der Industrialisierung halt dieses riesige Kollektiv an ArbeiterInnenklasse und dass dann halt eben AnarchistInnen die Gefahr gesehen haben, dass dort in diesen Prozessen halt das Individuum vergessen wird und man halt nicht mehr vom Individuum aus halt diese Kämpfe führt, sondern halt das Ganze halt ja auf rein kollektiver Ebene halt betrachtet. So, das war jetzt ein Aspekt. Man kann jetzt noch viel aufzählen, aber das wäre jetzt ein Aspekt, der auch jetzt aus Nachsicht halt, denke ich, sinnvoll ist. Und auch, dass halt AnarchistInnen gesagt haben, so, wir wollen halt nicht mehr mitmachen in dieser großen Arbeitsmaschinerie. Wir wollen halt irgendwie raus da brechen, auch individuell raus brechen, wollen halt aufs Land ziehen, irgendwie unsere Kommunen machen, irgendwie unsere militanten Sachen machen und Bankoffeln machen. Wir wollen ja damit alles nichts zu tun haben und so, aber das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was die Genossin da gesagt hat, denke ich. Es beruht darauf, das gesamte Leben nach anarchistischen Prinzipien auszurichten und so vollständig mit dem System zu brechen. Gelebt wird ein alternativer Lebensstil mit dem Grundgedanken, lieber zuerst das eigene Umfeld zu verändern, als direkt die ganze Welt. Viele seiner AnhängerInnen ziehen in kleine Kommunen in ländliche Gebiete. Hier geht es um ein harmonisches Zusammenleben. Die Kinder werden frei erzogen und es wird mit konventionellen Konzepten wie der Ehe oder Monogamie gebrochen. Ungefähr ab diesem Punkt spaltet sich der Anarchismus auch in zwei grobe Richtungen, den kollektivistischen und den individualistischen. Nach einem kleinen Zeitsprung blicken wir in das Jahr 1936 nach Spanien. Wir beginnen nach einem Militärputsch der Bürgerkrieg zwischen dem Diktator Francisco Franco und einem aus der Not herausgeborenen anarchistischen, teils sozialdemokratischen Bündnisses. Doch auch die spanischen AnarchistInnen sind vorbereitet. Sie sind zahlreich in Gewerkschaften organisiert und drängen die Faschisten nach nach Spanien zurück. Nach kurzer Zeit beginnen die nördlichen Regionen sich selbst zu verweilen. Über 800 Städte und Dörfer werden libertäre Kommunen. Solidarität wird unter den Bauern an Arbeite in groß geschrieben. Die Güter geteilt und von der Bevölkerung verwaltet. Dabei werden sie von Menschen aus aller Welt unterstützt. Doch auch die sowjetischen Streitkräfte mischen sich auf Stalins Befehl unter die Bewegung, um ihre sozialistische Agenda in Spanien durchzusetzen. Im Endeffekt gewinnen jedoch die Faschisten immer mehr Boden und die sowjetischen Generäle fliehen. Alle übrigen, die nicht bei den Campen sterben, werden in französische Internierungslager deportiert. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Zeit in Spanien nochmal genauer anzuschauen. Daher würden wir euch an dieser Stelle das Buch, der kurze Sommer, der andere... Ja, hier hätte man auch aus einer allgemeinen linken Perspektive... ...hätte man auch nochmal aufgreifen können, dass halt... ...selbst wenn man jetzt nicht aus dem anarchistischen Milieu kommt... ...dass die Stalinisten ja nicht... ...also dass die Stalinisten ja faktisch halt... ...ne Konterrevolution in der Revolution gemacht haben. Und halt diese Kollektivierungen, die halt dort beschrieben wurden, halt eben zurückgedrängt haben... ...und verboten haben und dagegen vorgegangen sind, bevor der Faschismus eingekehrt ist. Das würde man durchaus auch einbringen können, um das Ganze dann nochmal korrekt abzuschließen. Genau, Neidmeer, das stimmt auch wiederum, dass Franco dann halt geputscht hat... ...und die CNT dann den Generalstreik ausgerufen hat als Reaktion auf den Putsch. Also auch da wird wieder ein bisschen was durcheinander geworfen, leider. Anarchie ans Herz legen wollen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs werden schließlich auch Anarchisten auf der ganzen Welt von rechten Kräften... ...oder faschistischen Regierungen verfolgt und umgebracht. Schauen wir mal ins Hier und Jetzt. Der Anarchismus kommt in der heutigen Zeit in allen Formen und Farben daher. Wenn ihr wissen wollt, wie viele verschiedene Strömungen es gibt... ...wir haben euch dazu eine tolle Podcast-Folge in der Videobeschreibung verlinkt. Hätte man auch mal sagen können, dass diese Podcast-Folge von über Tage produziert wurde. Das ist als solidarische Rückmeldung. Wir wollen euch jetzt noch eine kollektivistische Strömung vorstellen, die auch heutzutage noch besonders präsent ist. Es geht wieder um den Anarchosyndikalismus. Das Prinzip ist, dass die wirtschaftliche Macht in den Händen der Arbeitenden liegt, die in den Gewerkschaften oder eben Syndikaten organisiert sind. Ziel ist eine neue Gesellschaft, die auf der Grundlage von Selbstverwaltung und der direkten Demokratie basiert. Also frei von der Beherrschung durch Bosse oder eine zentralisierte Regierung. Um das zu ermöglichen, wird die Selbstvermächtigung und die Dezernalisierung der politischen Macht vorangetrieben. Die Besonderheit ist bei dieser Strömung die gewerkschaftliche Organisation von Arbeit, Produktion und Fachkenntnissen. Genau wie in den jetzigen Gewerkschaften sind auch die Syndikate nach Fachrichtungen aufgeteilt. Nur kommen sie nicht erst ins Spiel, wenn es um die Verteilung der Rechte ihrer Mitglieder geht. Stattdessen entscheiden sie, wie viel produziert wird, kommunizieren dafür untereinander und das Wichtigste, sie sind nicht mehr zwischen Instanz zwischen ausgebeuteten ArbeiterInnen und den Führungsetagen. Die eigentliche Macht liegt immer noch bei allen, nur die Planung und Koordination wird durch Gewerkschaften übernommen. Dabei kriegen die, die geistige Arbeit leisten, nicht mehr, als sie die Arbeit verrichten. Das soll dafür sorgen, dass alle die Tätigkeiten ausüben, in denen sie besonders gut sind und nicht, weil manche Tätigkeiten Mehrwert zugeschrieben wird als anderen. Trotzdem gilt, durch die Erschütterung des Zweiten Weltkriegs ist von den anarchistischen Massenbewegungen nicht mehr viel übrig geblieben. Aber der anarchistische Gedanke lebt überall auf der Welt weiter, allerdings nur in kleinen Gruppen. Ein Beispiel gefällig? Schauen wir uns mal die FAU an. Auch das würde ich sagen, ist eine falsche Darstellung, weil klar stimmt es, dass die großen Massenbewegungen des Anarchismus besiegt wurden und vernichtet wurden. Aber Gewerkschaften mit Zehntausenden von Mitgliedern, die es ja zum Beispiel in Spanien noch gibt, sind halt keine kleinen Gruppen. Und auch bei der FAU ist halt genau genommen keine kleine Gruppe mehr. Ich weiß nicht, ob die das jetzt noch einordnen oder so, aber ja, auch eine Gewerkschaft, die selbst, wenn sie sehr klein ist im Vergleich zu den großen reformistischen Gewerkschaften wie DGB und so mit halt ein paar tausend Mitgliedern, ist halt keine kleine Gruppe. Also unter einer kleinen Gruppe verstehe ich jetzt halt eher sowas wie irgendeine Antifa in irgendeiner Stadt oder so. Oder vielleicht noch ums Ganze oder sowas. FAU steht für Freie ArbeiterInnen-Union. Es handelt sich um eine anarchistische Gewerkschaft, die heutzutage in Deutschland in vielen Städten Abreger besitzt. Sie setzt mit ihrer Arbeit gerade dort an, wo die ArbeiterInnen schlecht organisiert sind und große Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz herrscht. Dabei wird sich nicht auf die Regierung oder die ArbeitgeberInnen verlassen. Stattdessen setzt sie sich häufig für einzelne ArbeiterInnen ein und organisiert direkte Aktionen gegen ArbeitgeberInnen. Beispielsweise hat sie im Jahr 2020 dafür gekämpft, dass rumänische SpargelernterInnen den Lohn für ihre getane Arbeit erhalten. Die sollten von dem insolventen Konzern kein Geld mehr bekommen. Durch Gerichtsprozesse und Demos konnte aber dafür gesorgt werden, dass die ArbeiterInnen einen Teil ihres Geldes bekommen konnten. Wichtig hinzuzufügen ist, dass die FAU kein Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist. Das heißt natürlich einerseits, dass sie ihre Seele nicht für die Sozialpartnerschaft an den Teufel verkauft hat aber bedeutet auch, dass wenn zu Streiks aufgerufen wird, die Teilnehmenden ihren Arbeitsplatz riskieren. Zudem hat sie in Deutschland insgesamt gerade mal 1000 Mitglieder. Generell klingt das anarchistische Konzept in der Theorie ja erstmal super. Doch bleibt bis zum 21. Jahrhundert eben nur ein Konzept. Der Anarchismus ist zwar in der Vergangenheit in vielen Teilen der Welt immer wieder kurz aufgeflammt, doch außerhalb von Ausnahmezuständen konnte er nicht überleben. Das könnte man unter anderem auf den im Anarchismus quasi verankerten Unwillen zur Machtübernahme zurückführen. Auch, dass Entscheidungen in meinem Konsens mit allen getroffen werden müssen, stellt sich in der Realität oft als hinderlich heraus. Okay, jetzt wird es ein bisschen lächerlich, weil... Also natürlich, es stimmt, es stimmt, dass der Anarchismus tatsächlich seine Schwierigkeiten hatte, da neues revolutionäres Elan zu entfachen und halt relevant nach dem zweiten... Das erzähle ich nach 1945, um auf Deutschland zu beziehen, so zu werden, dass es halt eine große gesellschaftliche Kraft wird. Aber das gilt für die gesamte Linke. Also ich glaube, die gesamte Linke und alle Strömungen haben es schwer. Es gibt vielleicht ein paar einzelne wenige, die das halt nochmal besser geschafft haben, wie jetzt halt zum Beispiel der Maoismus. Aber für die gesamte Linke gilt, dass sie sich halt sehr schwer tut, also für die radikale Linke. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es halt einfach ein Mythos und Unsinn ist, zu behaupten, dass der Anarchismus es schwer hat, weil er immer auf Konsens fokussiert ist. Also einmal stimmt es halt nicht, weil zum Beispiel die ganzen anarchistischen Gewerkschaften keine Konsensorganisationen sind. So, da gibt es halt Mehrheitsentscheide einfach. Also das ist halt einfach Fakt. Und auf Konsens entscheiden halt eben kleinstanarchistische Kleinstgrüppchen, die in der Tat keinen großen Erfolg haben. Und da mag das dann auch sein, dass das System im Wege steht. Aber für eine größere Organisation oder so, da ist es eigentlich kein vernünftiger Anarchist, spricht jetzt halt dafür, in wirklich großen Basisorganisierungen oder in Gewerkschaften oder so, jetzt halt alles auf Konsens zu entscheiden. Also das macht halt einfach niemand. Das wäre ja auch total verrückt. Und das ist ja auch gar nicht tragbar für eine Gesellschaft. Auch der historische Anarchismus hat halt überhaupt nichts mit Konsens am Hut gehabt. So, das war, das ist ja eher eine moderne Sache. Und, genau. Trotzdem stimmt natürlich auch für so Kommunoprojekten und so weiter, da gibt es natürlich Konsensprinzip. Und ich finde es auch für kleine Einheiten kann man das ja auch machen, wenn man sich damit wohlfühlt in einem kleinen Kreis. Aber wie gesagt, auf einer etwas größeren Ebene gibt es auch einfach für den Anarchismus da sehr klare, differenzierte Ansätze, die halt nicht auf Konsens setzen. Deswegen ist das halt einfach total schwach, das so prominent als Kritik anzuführen, weil es halt einfach unwahr ist. Aber ich würde trotzdem, Gringo, dem ein bisschen widersprechen. Also ich finde jetzt halt das MrWissen2Go-Video schon etwas weniger reichhaltig als das. Also so weit möchte ich schon gehen, dass sich hier doch mehr inhaltlich zumindest mehr Mühe gegeben wurde, das Ganze vernünftiger aufzubereiten. Aber ein Endfazit kommt erstmal gleich noch. Gucken wir noch die letzten Sekunden der Kritik. Ah, genau. Der Punkt der Macht war ja auch noch eine Kritik, ne? Dass man halt nicht bereit ist, die Macht zu übernehmen. Und das finde ich schon eher einen Punkt. Also das ist halt ein tatsächlicher Punkt, eine tatsächliche Schwierigkeit in der anarchistischen Bewegung. Mein Lieblingsbeispiel ist da von Wollin, der während der russischen Revolution, wo es halt noch eben mit den Sowjets halt entsprechende Rätestrukturen gab, halt von, also Wollin war ein Anarchist, der so für den synthetischen, strömungsübergreifenden Anarchismus so bekannt ist, den so entwickelt hat und theoretisiert hat. Und der wurde in einer bestimmten Situation dort für einen Rat vorgeschlagen von den ArbeiterInnen, dass er da halt den repräsentieren soll. Und er hat das halt eben abgelehnt, weil er gesagt hat, nee, dass er als Anarchist da halt Bauchschmerzen mit hat, irgendwie in so einem Rat zu sitzen, selbst wenn das halt, selbst wenn das halt in so einem Sowjet ist. Und er hat natürlich auch wieder ganz normal abgewählt werden können und so weiter. Und ihr könnt jetzt mal raten, wer dann stattdessen diesen Rat übernommen hat und den Vorsitz davon hatte. Stalin ist es nicht, Jan. Aber du bist schon in der richtigen Richtung. Richtig? Es ist Lenin gewesen. Und das finde ich halt ein gutes Beispiel dann dafür, dass man da halt dann auch von anarchistischer Seite halt her gucken muss, dass da eine Leerstelle ist und wo dann tatsächlich Anarchistenen aus falschen Gründen oft so eine Angst dann halt auch vor so Machtstrukturen halt hatten. Auch wenn die natürlich richtig ist, die grundsätzliche, die grundsätzliche Theorie und so weiter und so fort. Aber das wäre jetzt ja ein gutes Beispiel. Warum sollte ich halt nicht als Anarchist in einem Rat halt, in einem Rat, wo es um Arbeiter-Selbstverwaltung geht, halt den Vorsitz übernehmen? So, warum nicht? Also das ist ja einfach absurd. Und da ist halt in Teilen dann auch eine marxistische oder lenistische Kritik am Anarchismus auch berechtigt. Und da müssen wir halt drauf Acht geben. Also man sollte ja auch nicht alles irgendwie abwiegeln oder so, sondern man sollte ja auch die Punkte dann ernst nehmen, wo sie halt auch was haben. Wie wird die Machthabenden ihre Macht missbrauchen werden? Ab wann sind Menschen bereit, sich selbst zu verwalten? Wie schafft man es in der heutigen Gesellschaft, die dafür benötigte Eigenverantwortung und Solidarität zu etablieren? Bittestens jetzt merkt ihr wahrscheinlich, warum sich der Anarchismus auch in der Philosophie verorten lässt. Und um diesen Fragen annähernd gerecht zu werden, bräuchten wir wahrscheinlich noch mindestens eine ganze Staffel dafür. Für einen ersten kleinen Überblick war es das aber erstmal von uns. Wenn ihr jetzt aber trotzdem nicht genug bekommen habt, dann findet ihr in der Videobeschreibung noch eine kleine Auswahl an leicht verdaulichem Material zum Thema. Jo, das war's. Jo, also ich meine, die Kritik habe ich halt jetzt schon geäußert. Ich finde auch, dass man halt schon merkt, dass es halt aus einem Milieu jetzt kommt, die jetzt halt mit dem Anarchismus vielleicht nicht so viel zu tun haben. Und dass es auch dem Ganzen gut getan hätte, dass man dann halt auch vielleicht Anarchistin in Zerrate gezogen hätte. Das müssen ja jetzt gar nicht wir sein, wie jetzt irgendwer reingeschrieben hat, aber irgendwer, der halt mit anarchistischer Theorie wirklich mehr drin steckt. Und ich hatte halt so den Eindruck, dass so der erste Teil, wo es um so die Geschichte ging, dass es da eher so einfach so ein bisschen abgekupfert war von der Kein Gott, Kein Herr Doku. Also auch so vom Ablauf her und auch, es wurden ja auch teilweise Bilder genommen und so. Aber das halt dann zusätzlich halt noch schlechter gemacht wurde als die Kein Gott, Kein Herr Doku. Und ja, ich fand halt wie gesagt auch einige Schlüsse und einige Erklärungen und beiläufige Sätze und so halt einfach gar nicht gut. Habe ich ja auch erklärt und kritisiert, dass es da einfach auch Falschaussagen gab, wo man dann halt auch tatsächlich einfach mal wen drüber gucken lassen kann, der sich dann halt damit intensiver beschäftigt, damit man halt solche Schlitze halt nicht drin hat, was dann einfach, ja, auch in einem linken Medienprojekt nicht so, dass er offensichtlich den richtigen und guten Anspruch hat, sich auch ehrlich mit dem Anarchismus zu beschäftigen, was ja toll ist. Aber das sollte dann halt auch, ja, dann halt durchgezogen werden, sodass man dann halt nicht solche groben Schnitze halt drin hat. Das wäre halt schön für die Zukunft. Aber das halt nur so als Kritik, weil an und für sich finde ich es halt gut, dass sich damit beschäftigt wird. Und ich fand das Video jetzt auch nicht grottenschlecht oder so, sondern halt als eine anfängliche Beschäftigung damit fand ich das halt cool und würde mir halt wünschen, dass da noch mehr kommt, auf das man dann auch wieder reagieren kann. Und gerne sind wir natürlich auch offen oder können auch Kontakt vermitteln zu Genossinnen, die auch nochmal mehr Einblick haben. Und generell ist es einfach immer gut, wenn halt der Anarchismus behandelt wird und auch von anderen Linken behandelt wird, wenn das dann halt eben so einen ehrlichen Ansatz halt hat. So, was habt ihr noch geschrieben? Ob es auch neuere anarchistische politische Theorie gibt? Ja, es ist die Frage, wie neu du meinst, aber gibt es schon, also es gibt halt schon eine gewisse Beschäftigung mit der anarchistischen Idee und eine Fortführung davon, aber jetzt nicht vergleichbar mit dem, was irgendwie jetzt Kropotkin oder sowas gemacht haben. Also man muss halt da schon ehrlich sagen, dass die Aktualisierung der anarchistischen Theorie schon ein sehr großes Problem ist, aber dass sich natürlich auch aus dem Anarchismus heraus dem Anarchismus nahe Sachen entwickelt haben. Also zum Beispiel der demokratische Grundfodialismus oder so, der jetzt nicht unbedingt explizit anarchistisch ist, aber der ist ja auch schon sehr stark vom Anarchismus beeinflusst als Beispiel. Und sowas kann man ja auch als Entwicklung dann halt sehen, wo halt es theoretische Entwicklungen gab, die halt auch mit dem Anarchismus koalierten. Genau, dann zum Beispiel jemand wie Jonathan Albisch hat halt so ein Buch geschrieben, ich habe das jetzt nicht gelesen, ich bin im Allgemeinen jetzt kein, also ich kann das Buch nicht bewerten, jetzt allgemein bin ich jetzt nicht der größte Fan von Jonathan Albisch, der pilgert ja so durch die Republik. Ich finde es jetzt nicht furchtbar, was er macht, aber ich finde das halt oftmals sehr verkopft so ein bisschen und von Höckskin auf Stöckskin so und schwierig da oft seine Gedanken zu verfolgen und sehr abstrakt und ein ziemliches Durcheinander und da fehlt halt oftmals, finde ich, auch eine Klarheit, die halt eine vernünftige politische Theorie halt braucht. Aber tiefer würde ich da jetzt auch nicht reingehen. Ja, das kann sein irgendwie. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, oh ja, das ist auch noch eine wichtige Ergänzung Nightmare, dass man das halt auch noch hätte erwähnen können, dass es einige Entwicklungen ja auch dann in der Folge gab, die man durchaus, also die man durchaus in Betracht ziehen sollte. Ich meine, sie haben dann ja gesagt, ja, man kann sich irgendwie dann unser Video da angucken zum strömungsübergreifenden Anarchismus, aber dass es durchaus einige Ausprägungen des Anarchismus halt gab, die, wie jetzt halt Anarche-Feminismus, hier Bookchin und Crimething und so weiter, Postanarchismus, was man ja zumindest auch mal erwähnen kann, dass es halt so auch dann Versuche von der Aktualisierung gab, die jetzt halt nicht immer geglückt sind, sag ich mal, und wo es halt auch falsch finden, wo wir es auch falsch finden, dann halt so den historischen Anarchismus, die Grundsätze auch dann oftmals zu verwerfen, sondern man sollte, wenn dann, eher darauf aufbauen. Und natürlich hätte man auch zum Beispiel den Platformismus, Especifismo erwähnen können, der, denke ich, aus unserer Perspektive, neben so Aktualisierung vom Anarcho-Synikalismus, ja, der, die wichtigste Fortführung und Weiterentwicklung des Anarcho-Kommunismus halt einfach ist, wobei der Anarcho-Kommunismus ja generell nicht erwähnt wurde, so wirklich. Jo, in dem Sinne, das war, das war die Reaction. Vielen Dank an Direction F. Und ich hoffe, meine Kritik wurde oder wird als solidarisch aufgefasst, selbst wenn sie teilweise harsch war. Aber wir wollen ja auch hart miteinander ins Gericht gehen, in der Linken, um dann halt, ja, uns zu bessern. Und wir freuen uns ja auch immer über eine klare Kritik von außen, um uns weiterentwickeln zu können. In dem Sinne, ja, hat mir Spaß gemacht heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und auch noch geblieben seid für die, für die kleine Reaction, die ich noch hier angeschlossen habe. Und ja, das war es jetzt heute endgültig. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht es gut. Glück auf und bis Sonntag zum Überblick. Wir sehen uns am Sonntag zum Überblick. tough your family. Wir sehen uns am Sonntag. Baby, wir sehen uns am Sonntag. Nein, wir sehen uns an. Geschenk.